Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ne Rauchst du etwa neben mir? So ist es Wie hast du das gemacht? Mit Yoga Was? Ich habe im Rundfunk einen Vortrag gehört über praktisches Yoga Selbstbeherrschung ist Selbstüberredung und Selbstüberredung ist alles Halbmalig, zeig dir es Ich rauch nicht mehr, ich brauch es nicht Das Blut soll frei durch meine sich öffnenden Atem fließen Du spinnst doch Von wegen spinnst doch, probier es doch erstmal dreimal am Tag oder öfter, ach pass doch auf Und dann immer vor dem Essen Vor dem Essen? Na und der Ransen muss leer sein und da musst du dich hinlegen wie ein Bedender auf einer festen Unterlage, verstehst du? Ne Na da kann ich dir auch nicht helfen Ja 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 Kommt doch heute Abend zu Peters, wir sind herzlich eingeladen Ja Mensch, probier es doch wenigstens mal und ich garantiere dir, du fasst keine Zigarre mehr an Ja 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 Ja